Hallo ihr Lieben, mein Buch Gedankensex mit einem Patrioten ist jetzt in Druck gegangen. Ich nehme Vorbestellungen an. Da sind auch Passagen drin über Tiertraining. Zum einen Netto-Belhorsmanship und zum anderen auch zum Thema Hund. Vorab erstmal, was für ein Buch das eigentlich ist. Es ist mein allererster Roman und es ist ein autobiografischer Roman, aber es ist wie eine Explosion. Dieses Buch ist natürlich kein Buch über Pferdetraining, aber es kommt halt immer wieder Pferde- und Hundetraining drin vor. Eingebettet ist das in eine Geschichte, weil ich habe ja einen Mann kennengelernt und da gibt es eine Menge Irrungen und Führungen, was diesen Mann betrifft. Er hat mich über beide Ohren verliebt, aber habe dann auch einiges gemacht, um zu verhindern, dass wir uns näher kommen. Aber das lese ich euch jetzt nicht vor. Wir sind ja im Pferdekanal. Er hat mich halt trotz aller meiner Missetaten immer wieder besucht. Er hat mir den Ofen geschenkt und Holz für mich gespalten. Und bei irgendeinem Gespräch kamen wir halt auf die Phase 4, die ihr aus dem Netto-Belhorsmanship, aus dem Paredi-Programm kennt. Da Kinder und Tiere nicht in böser Absicht handeln, gilt der Grundsatz, mach ein Spiel draus. Wenn wir das Pferd klapsen, sind wir freundlich, wohlwollend, aber bestimmt. Denn entscheidend bei Gewalt oder Nicht-Gewalt ist die eigene innere Haltung. Jetzt kommt ein sogenannter N-Drop. Es gibt also N-Drops, die sind von mir, aber auch F-Drops, die sind halt von dem Falco, diesem Mann. Ich lese euch jetzt erstmal diesen N-Drop vor. Zu Gewalt gibt es noch einen weiteren am Ende des Buches. Hier geht es jetzt erstmal um die Phasen der Gerechtigkeit im Parallel-System. Wenn wir möchten, dass das Pferd auf feinste Signale reagiert und sich zeitgleich fair behandelt fühlt, ist es wichtig, dass die erste Frage ans Pferd nur der Hauch einer Hilfe ist, die allerdings immer gleich sein muss. Wenn das Pferd auf diesen Hauch reagiert, ist alles gut. Reagiert es nicht, steigern wir die Hilfen in Phasen, insbesondere dann, wenn wir etwas Neues beibringen. Das ist wie bei Kleinkindern, die lernen sollen, selbstständig ihr Zimmer aufzuräumen. Zuerst kommt, bitte räum dein Zimmer auf. Als Phase 2, ich habe dir doch gesagt, du sollst dein Zimmer aufräumen. Und wenn das immer noch nicht von Erfolg gekrönt ist, kommt die letzte Warnung. Wenn du jetzt nicht aufräumst, komme ich mit dem Sack und räume die Spielsachen ein. Und wenn das wirklich passiert, sind wir in der Phase 4 der Konsequenz. Bei Pferden ist diese Konsequenz oft körperlich, denn die haben ja keine Spielsachen. Fernsehverbot geht auch nicht und ein Handy kann man auch nicht wegnehmen. Das Thema Phase 4 interessierte Falco brennend und er verlangte nun eine Demonstration derselben von mir an ihm. Zuerst schubste ich ihn an der Schulter, wie ich es bei einem Hund handhabe, wenn dieser das Platzkommando ignoriert. Jetzt wollte Falco auch wissen, wie ich das bei Pferden mache und ich rannte gehorsam zum Stall, um einen Horsemanstick zu holen und demonstrierte diese Phasen der Gerechtigkeit ohne Phasen, weil wenn das Pferd in den persönlichen Bereich des Menschen eindringt, erfolgt diese Phase 4 ohne Vorankündigung. Das wird Controlling genannt und soll die Energie zurückgeben, die das Pferd aufbringt, plus 4 Unzen, also 100 Gramm. So erklärte ich es Falco, der mit Pferden bekanntlich nichts am Hut hat. Und dass ich euch diese Geschichte ausgerechnet hier vorlese, das hängt damit zusammen, dass ich auch Unterrichtsstunden in dem Buch eingebaut habe. Wir sind ja jetzt so hier ungefähr in der Mitte und ab da nimmt das Buch halt unheimlich Fahrt auf und wird immer lustiger und immer lustiger. Mich hatte irgendwie die Muse geküsst und diese lustigen Passagen, die lese ich euch im Mitgliederbereich vor oder vielleicht eine ganz kleine Kostprobe noch am Ende dieses Videos, wo es um einen Hafflinger Rinaldo geht und der spielt die Spiele wirklich viel, viel besser, als ein Mensch das kann. Aber ich lese jetzt erstmal nochmal weiter vor. Es gibt ja eben nicht nur diese 4 Phasen zum Lehren und auch nicht nur dieses Controlling, falls das Pferd in den Bereich eindringt mit der sofortigen Phase 4. Es gibt auch noch die Verstärkung, wo die Phasen 2 und 3 entfallen. Und es gibt die Verfeinerung, bei der das, was früher eine Phase 4 war, beim weit ausgebildeten Pferd im Paralliprogramm die Phase 4 ersetzt. Aber immer schön die richtige Reihenfolge einhalten. Und der Falco fand, dass ich ihn immer noch nicht fest genug getroffen habe und ich gebe zu, bei Menschen habe ich da Hemmungen, weil eine Kundin, die ich nur leicht touchiert hatte, mir später ein Foto von einem riesengroßen blauen Fleck schickte. Manche Leute neigen da ja zu. Aber nicht der Falco, dem konnte es nicht hart genug sein. Aber in der Nacht dann, dann dachte ich, boah, was muss der denken, wie ich mit Tieren arbeite. Und habe den immer gerne mitten in der Nacht zugetextet, weil das Buch heißt ja Gedankensex mit einem Patrioten. Und diesen Gedankensex hatte ich mit ihm. Und es geht auch um Sex in dem Buch, also Sexgespräche und ja, alles Mögliche halt. Und Philosophie und Politik und der, ihr seht ja hier unten auch, so einen F-Drop, den hat er beigesteuert. Da geht es auch um Prophezeiungen. Also ganz, ganz viele Themen, insgesamt 15 Erzählebenen auf 316 Seiten. Zwischen diesem Besuch von Falco bei mir und dieser persönlichen Nachricht in der Nacht waren wir zusammen noch in einem privaten Garten. Wir haben halt so eine kleine Gemeinschaft, die sich immer an rotierenden Treffs trifft. Und an dem Tag haben Falco und ich meinen kleinen Ofen, den er mir geschenkt hat, auch eingeweiht. Und dann lest ihr halt hier. In meinem muckeligwarmen Wohnzimmer glimmte immer noch ein Feuer, das Falco und ich zu Zwecken des Herumsitzens am Lagerfeuer nun sich selbst überließen. Jeder in seinem Auto, weil wir ja weder miteinander noch nebeneinander schlafen. Und er zwar das leere Bett am Zimmer meines Sohnes begeistert entdeckte, ich aber nicht auf die Idee kam, ihm selbiges anzubieten, um ihn, wie gewohnt, zu Zwecken der allgemeinen Belustigung im Laufe des Abends abfüllen zu können ohne das Risiko eines Führerscheinverlustes. Also an einem Abend hat er einen ganz tollen Dialekt imitiert und der kann manchmal so lustig sein. Kann er manchmal auch, ohne dass man ihn abgefüllt hat, aber das ist eben so ein Running-Gig. Naja und das ist natürlich so eine Geschichte, kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht. Und dann geht es jetzt weiter im Text, Falco war offenbar auch aufgefallen, dass die Leute über uns statt mit uns reden. Habt ihr eigentlich was miteinander? Oder seid ihr mit einem Auto gekommen? Und dann sagte er im muckeligen Wohnzimmer, ich kann ja schon mal losfahren, das galt es zu verhindern. Und ich behauptete halb angezogen, dass ich fertig sei und vor ihm herfahre, um ihm heimzuleuchten. Zumindest auf halber Strecke bis zum Treff. Doch dann verließen sie ihn bzw. er mich, denn an einer Gabelung fuhr er einfach geradeaus. Pfiffig wie ich bin, schlussfolgerte ich, dass er nicht will, dass die Leute mitkriegen, dass er wieder mal bei mir war. Denn negativ denken kann ich ja gut. Es geht im Buch halt auch darum, dass man positiv denken lernen muss. Und das sind ja Bestellungen ans Universum. Und ich habe auch viel Kunst eingeworrt, unter anderem Songs von den bösen Onkels, weil ich finde, die Texte sind wie Poesie. Daraus zitiere ich dann oft auch in den Überschriften. Und dann kam der Regen. Falsch gedacht. Denn ich schnappte später auf, wie er jemandem erzählte, dass er zuvor bei mir gewesen sei. Wenn ich das vorher gewusst hätte, dass er auf seinen Nachmittagen bei mir keine Mördergrube macht, wäre ich ihm natürlich mal wieder wie ein Hündchen hinterhergelaufen. Hätte mich bei jeder unpassenden Gelegenheit neben ihn gesetzt und verklärt an seinen Lippen gehangen. Aber mir fiel gerade noch rechtzeitig ein, dass Liebe ja ein Kind der Freiheit ist. Und wenn er sich weiter mit mir hätte unterhalten wollen, hätten wir einfach in meinem mucklig warmen Wohnzimmer bleiben können. Also machte ich mich vom Acker und wurde von einem Kumpel zu Zwecken gemeinsamer Gesangsübungen abgefangen. Das ist so ein Lied, ich kann gar nicht so gut singen. Das geht Sag mal, ist denn noch wir da? Wir haben Durst. Wir haben Durst. Schmetterten wir, als der Regen kam. Das war natürlich die Schuld des Kumpels, dessen Lieblingslied von den Onkels Regen heißt. Das hat er mir übrigens auch bei unserer Fahrt weg von der Demo Düsseldorf zwei Wochen zuvor vorgesungen, was ihn so sehr ablenkte, dass wir einen riesen Umweg über den Kölner Flughafen machen mussten, um in heimische Gefilde zurückzukommen. Aber das nahm er gelassen und ich auch, weil ich mich so freue, einen Verbünden gegen Elias zu haben, der die Onkels bekanntlich destruktiv nennt. Weil ich mich ja so daneben benommen habe bei dem Falco, habe ich von dem ein Po abgekriegt, erst mal. Und dann hatte ich zwischendrin, weil ich mich über den Falco mal geärgert habe, noch einmal beim Universum bestellt. Also ich kann euch sagen, das Chaos ist perfekt. Ein bisschen was erzähle ich euch da auch im Video in der Infobox. Und der Kumpel hat halt dann dieses Lied von den Onkels, dieses Regenlied gesungen und dann geht es jetzt hier weiter. Es war aber zu spät, um den Schaden, den der Kumpel mit seinem Gesang angerichtet hat, wieder gut zu machen, obwohl er es nach Kräften versuchte. Dafür schleppte er einen riesigen Schirm heran, unter dem neben ihm nicht nur ich, sondern auch noch eine andere Frau Platz fand. Das machte den Kumpel zum umschwärmten Hahn im Korb, denn bei ihm war es trocken. Er selbst war auch sehr stolz auf seinen rettenden Schirm und prahlte damit, wie man mit einem derartigen Regenschutz das Herz der schönen Frauen erobern kann. Dem setzte Falco gemeinsam mit sieben anderen Männern allerdings einen Pavillon entgegen, der aufgrund seiner Größe noch mehr Holde Meiden vor Onkelsliedern die Regen bringen schützte. Irgendwer hatte dann die glorreiche Idee, diesen Pavillon mitten übers Lagerfeuer zu stellen. Denn vor Regenschützen reicht den schönen Frauen wohl nicht, die wollen auch ins Lagerfeuer pinkeln, äh, pardon, es warm haben. Da spiele ich auf einen Witz an, den der Elias mal gemacht hat. Wenn Frauen sagen, wir können alles, was ihr Männer auch könnt, dann kommt die Antwort, ja dann versuch mal ins Lagerfeuer zu pinkeln. Da bezieht sich das auf eine andere Stelle im Buch weiter im Text. Aufgrund der männlichen Intelligenz, die im maskulinen Kollektiv Feuergefahr witterte, landete der Pavillon in letzter Sekunde doch noch neben dem Lagerfeuer, so dass der Hahn im Korb nach wie vor mit seinem Schirm auftrumpfen konnte, es zumindest immer mal wieder versuchte. Und dann singen wir und, äh, prosten uns zu und Stößchen und Schirmchen. Nachdem ich nun Falco eine angemessene Zeit zu Zwecken der Kommunikation mit anderen Gästen gegeben hatte, wurde es Zeit, ihm hinterlistig aufzulauern. Das tat ich mit dem Spruch, ich hoffe, du hast morgen keine blauen Flecken, sonst heißt es nachher, dass die Nicola den Falco verprügelt hat. Er lachte mehr als Pflicht schuldig, was mich dazu ermunterte, ihn zu allem Überfluss als Wiederholungstäterin zu belästigen. Zum Beispiel, als er mit einem Fensterwischer die Bierzelttische trocknete. Nun brüllte ich ihm zu, dass man den ehemaligen Kellner in ihm nicht verkennen könnte. Also eigentlich ist es ein Programmierer und da gibt es auch ganz, ganz viele lustige Witze mit 01100 an anderer Stelle, aber weiter im Text. Ich landete immer wieder beim gemeinsamen, lautstarken Sag mal grölen und wurde jetzt doch noch übermütig und textete nun ein anderes Lied so grauenhaft um, dass der Hahn im Korb mir bescheinigte, dass ich dafür ganz sicher keinen Gremi bekommen würde. Aber wer braucht schon Gremis, wenn er einen Falco hat? Der stand plötzlich neben mir, kam, sah und sang auch ein Lied. Zwischenzeitlich hatten sich nämlich zwei Männer und eine Frau gefunden, die nicht nur Gitarre spielen, sondern auch richtig singen konnten. Und da sang Falco mit. Ich rückte ihm in Rotkäppchen-Manier unter dem Vorwand auf die Pelle, dass ich ihn so besser fressen, äh, pardon, hören könne und verlieh Falco nun mehr oder weniger feierlich einen imaginären Gremi. Und nach der Gremi-Verleihung war er mal kurz weg, verschwand in der Dunkelheit. Denn als Falco aus der Dunkelheit zurückkehrte, ergab sich die Chance, ihn unsittlich am Arm zu berühren. Denn er hatte ein bisschen Blut auf seinen schönen Plover, der am Nachmittag verhindert hatte, dass er auch den von mir gewaltsam zerstörten Rahmen für die Reinigungsklappe einmörtelte. Als nun meine Hand auf seinem Arm, der im Plover steckte, landete, guckte er mich noch nicht einmal böse, sondern eher überrascht an. Obwohl er sich anscheinend nicht belästigt fühlte, rechtfertigte ich meine Schandtat damit, dass ich, nachdem ich ihn zwei Stunden zuvor mit dem Horseman-Stick verprügelt hatte, jetzt in der Absicht unterwegs sei, um ihn vor dem klitzekleinen Scheiterhaufen auf seinem Arm zu retten, drehte mich um, entdeckte den Hahn im Korb und setzte mal wieder an mit Sag mal. Und dann fuhren wir halt beide nach Hause. Und ich freute mich, dass das Wohnzimmer trotz Ofen aus gar nicht so sehr abgekühlt war und überhäufte Falco wie vor wenigen Wochen noch tägliche Gewohnheit mit ellenlangen Romanen auf Telegram. Schlafen wird schließlich völlig überbewertet, insbesondere sein Schlaf. Und jetzt sind wir wieder im Pferdetraining zurückgekommen, denn ich schrieb ihm, Hi Falco, ich wollte ja nochmal schreiben, wegen dieser kleinen impulsiven Pferdedemonstration, da muss ich dringend noch was nachtragen, weil es sonst so aussieht, als würde ich einfach so auf die Pferde eindraschen, denn so ist es ganz und gar nicht, was ich mache. Bla 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 bla. Und diese sogenannte Phase 4 ist nur eine Technik von vielen, die in bestimmten Situationen bei manchen Pferden angewandt wird, wenn das Pferd übergriffig oder ignorant ist. Dabei gibt es allerdings ein paar Dinge, die beachtet werden müssen, damit es keine Gewalt ist. Und das wird hier beschrieben, also Parelli Spirit Blogspot könnt ihr hier sehen. Das ist ein Blog von der Parelli Instruktorin und es gibt unten in der Videobeschreibung auch alle anklickbaren Links. Dieser Link, den findet ihr unter dem Hinweis Seite 170. Denn zeitgleich denken wir Horstmann Schippler uns mit viel Einfühlungsvermögen ins Pferd hinein und behandeln es mit mehr Respekt als in jeder anderen Reitweise. Vielleicht darf ich dir das ja doch mal irgendwann zeigen, habe dir ja zum Geburtstag diesen Gutschein geschenkt. Zwischen Tür und Angel, wie heute, sollte man das eigentlich nicht erklären, weil dann doch schnell ein falscher Eindruck entsteht und das wäre keine gute Werbung für mich. Bla 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 bla. Naja, und während ich da riesige Romane schreibe, antwortet er, alles gut, ich glaube nicht, dass du Pferde verprügelst. War ein schöner Tag heute. Das hatte ich ja vorher schon gesagt, aber das habe ich vergessen, dass ich das schon geschrieben habe und schrieb erneut, dass es wirklich ein schöner Tag war. Ich kann ihn förmlich kopfschüttelnd vor dem inneren Auge sehen. Ich für meinen Teil könnte das hingegen stundenlang so weitermachen. Sie war ein wunderschöner Tag. Er war ein schöner Tag. Sie war wirklich ein schöner Tag. Und so weiter und so weiter. Aber darauf stieg er nicht ein, nur darauf, dass der Ofen das Wohnzimmer noch schön warm gehalten hat. Dann kommt er wieder zu er in der gute alte Ofen. Wertvolles Stück. Als ich dem wertvollen Stück denn einen Namen geben wollte, war Falko mit seiner Geduld am Ende und verweigerte nun jegliche Antwort. Was zu weit geht, geht zu weit. Sein Verstummen konnte ich so nicht stehen lassen und schickte in meinem Sagenmal ist denn noch Bierderrausch zu meiner Ehrenrettung direkt noch eine Nachricht hinterher. Und zwar das Lob seiner bekannten Marion, worauf er reflexartig antwortete, weil er es dann doch nicht wagte, gleich zwei Nachrichten auf einmal zu ignorieren und schrieb, alles gut, ich bin sicher, du verstehst dein Handwerk. Er hatte wohl Angst vor, don't mess with Nicola Steiner. Oder er hat einfach nur gedacht, Frauen. Dabei bin ich ausnahmsweise vollkommen unschuldig, weil es ja Männer waren, die mir diesen Sagmal ist denn noch Bierder Ohrwurm implantiert haben. Und ich deswegen mitten in der Nacht so aufgedreht war. Das war ich am nächsten Tag nicht mehr, aber ich hatte ihm so viel zu sagen und schickte bezüglich unserer Gespräche am Vortag Nachrichten im Dutzend, die er gerne im Stil des Italo-Western-Antihelden, also dazu habe ich den einfach gemacht, also aus literarischen Gründen, mit einem einzigen Wort beantwortete, gerne. Denn der letzte Satz des gefühlten Hundertzeilers war, dass ich mich bedankte, dass er mir Marion als Kundin vermittelt hatte. Und da Falco ja meine Bücher nicht liest, das war der Grund, warum ich den zweiten Mal bestellt habe, sondern lediglich überfliegt, brachte er sich in den tiefen Telegrams in Sicherheit von meiner Telegram-Prosa, bei der selbst ein Querlesen höchst zeitaufwendig gewesen wäre. Endlich, wenn auch zu spät, fiel mir wieder ein, dass im Hundetraining ja Distanznähe schafft, aber Falco ist ja kein Hund, sondern ein Falke, also lassen wir das. Und der Zweitbestellte, der hat dann nachher noch irgendwie eine andere Freundin gehabt, weil ich habe mich zwar versucht, mit ihm zu trösten, aber ich habe dann gedacht, wenn ich den Falco kriegen könnte, würde ich den Elias sofort stehen lassen, trotz erstmal Abweisungen. Aber ob wir uns kriegen oder nicht kriegen, wird natürlich nicht verraten an dieser Stelle. Und bin jetzt ein paar Seiten weiter und schreibe, es geht ja um Gedankensext. Und da kann man sich wenigstens nicht mit Bemerkungen zu Horizontalen blamieren. Als ich diese am nächsten Tag verließ, man nennt das auch Aufstehen, fiel mir ein, dass Elias ja an seinem Mädchen spielt, während ich nicht an Falco herumspielen darf, ihn aber weiterhin anhimmle. Also fuhre ich zu Falcos langjähriger Freundin Marion, auf dass diese vielleicht diese Spielproblematik löst. Okay, okay, es war natürlich völlig anders. Künstlerische Freiheit habe ich mir auch immer gegönnt. Und hier kommt jetzt die Zwischenüberschrift Pferd statt Mann bespielt. In Wirklichkeit sollte ich Marions Pferd bespielen, und zwar mit den sieben Spielen nach Parelli. Das löste zwar nicht mein Orgasmusproblem, aber zumindest milderte es ab, dass Elias partout nicht berühmt werden wollte, um meine leere Kasse zu füllen. Im Allgemeinen nennt man das, was sich dem Pferd von Falcos bekannter Antat, Arbeit. Aber diese Arbeit gestaltete sich in diesem konkreten Fall so, dass ich zwischendrin die theoretischen Inhalte folgendermaßen an die Frau brachte. Bei Falco habe ich ja am Wochenende auch die Phase 4 gemacht, weil er es wissen wollte, und er wollte es fester. Oder Falco ist ja auch in meinen persönlichen Bereich eingedrungen, aber dann kam die Phase 4 ohne Vorwarnung, und ich habe ihn nach Strich und Faden vermöbelt. Es gibt ja Menschen, die nennen so etwas Schwärmerei, wenn jeder zweite Satz mit Falco beginnt. Aber ich nenne es heuchlerisch Unterricht und lasse mir meine pubertäre Verklärtheit auch noch von meinen Kunden bezahlen. Naja, immerhin fand das Pferd diese meine Schwärmerei so toll, dass es am nächsten Tag völlig verändert war, wie Marion mir auf WhatsApp berichtete. Auf einmal sei es voll motiviert und hatte sogar Lust zu galoppieren, was ganz untypisch für diesen Haftlinger sei, der bekanntermaßen nur ein Hobby kennt, und das lautet Fressen. Ja, da haben wir was gemeinsam. Und den Rest dieser Trainingseinheit, den erzähle ich euch im Mitgliederbereich, und zwar in dem 2-Euro-Mitgliederbereich, wie die es schon vorher sehen ist, das ja. Ja, tut mir auch leid, dass ich da in den letzten Wochen ein bisschen weniger veröffentlicht habe als sonst, weil ich war so mit diesem Buch beschäftigt, und das ist wirklich ein Meisterwerk. Es ist aber auch hochbrisant, es sind auch politische Themen drin. Ich nehme mal, über einen Verlag kann man das nicht veröffentlichen. Und da bin ich halt wirklich auf euch angewiesen, damit ihr möglichst vielen Leuten von diesem Buch erzählt, bestellen könntest per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse findet ihr in der Videobeschreibung. Und ich werde es auch irgendwann mal auf Amazon oder so veröffentlichen, aber die ersten Exemplare erstmal nur so, falls noch irgendwelche Anregungen von jemandem kommen oder Fehler gefunden werden, dann ist mir das so erstmal lieber. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch kein Abo habt, dann lasst mir ein Abo da. Wie gesagt, erzählt euren Freunden von meinen Videos. Bis zum nächsten Mal. Tschö. 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 Vielen Dank.